Der Bordeaux-Kenner René Gabriel bezeichnet das Chateau Lüste Neuf als einer der besten Werte im Feld der Crue Bourgeois. So sehen wir das bei diesem typischen Medoc auch. Ein wunderbar fleischiger, komplexer und vor Frucht- und Röstaromen strotzender Bordeaux. Dieser Wein ist von seiner muskulösen Eleganz und seiner mineralischen Note geprägt. Ein genialer Bordeaux, der gerade in Bezug auf Preis-Leistung einfach unglaublich gut ist.